2, 3, Abra, Kadabra, Sim, Zadabim, Bam, Bumm, ist er weg! Jetzt haben doch nicht alle Eltern mitgemacht, ihr müsst alle mitmachen, liebe Eltern, oder Kinder? Ich werde den Zahnspruch auch von den Eltern hören, okay, noch einmal, 1, 2, 3, Abra, Kadabra, Sim, Zadabim, Bam, Bumm! Oh, wow, aber Moment mal, eigentlich wollten wir den wegzaubern und nichts verwandeln, wer von euch ist eine Hexe? Hand hoch! Ja, ich hab's gewusst, Kollege, Kollegin, ja, Wahnsinn, okay, bitte. Bevor wir so richtig anfangen, Kinder, müssen wir uns erstmal warm machen, wie beim Sport, das heißt, alle müssen draufstehen, auch die Eltern. Und dann lernt ihr schon mal von mir, lernt ihr schon mal von mir, wie man sich warm macht beim Zaubern, ja? Also wir müssen keine Dehnübungen machen, nein, das bin ich, aber wir müssen die Ellbogen so zur Seite geben, ohne dass da jemand stößt, okay? Seid ihr bereit? Und dann lernt ihr das erste Geheimnis von mir, zauber Puste, einatmen! Und wenn ihr den Puste drückt habt, macht ihr so! Hat ihr einen Finger hier auf der Seite? Sehr gut, dann lassen wir diesen Finger darüber wandern. Wenn der Finger darüber wandert, wenn der Finger darüber wandert, wieviel Finger sind wir drüben? Wow, die Nase da unten drückt! Okay, eins, zwei, drei! Wow! Ah, noch einmal, zauber Puste einatmen! Puh! Ganz wichtig bei dem Puste, nicht den Nachtweilen saugeschmacken! Wenn der hier, der Rübo-Wandert, wieviel Finger sind wir da drüben? Boah, noch mal, ihr könnt schon rechnen, bis zwei! Okay, eins, zwei, drei! Wow, Respekt! Okay, alle guten Dinge sind drei, zwei, Puste eineatmen! Pfff! 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 Aber diesen Mal hat man den Rübo-Wandert, wir stecken den einfach da rein und dann kommt er oben raus. Habt ihr alle oben zum Finger? Drei Finger? Okay, lächst die Rübo-Wandert, alle die Hände so ausdrecken, dann macht die so ausdrecken, dann nehmt ihr die Daumen weg, dann macht die wieder, könnt ihr nicht? Okay, pass auf, ich verratze euch, ich verratze aber dann müsst ihr einen Schuh machen mit mir, steckt mir mal einen Finger ins Ohr und ein in die Nase, dann sprecht ihr mal nach! Schibidi, schibidi! Schibidi, schibidi! Jetzt wird schibidi, ganz gut! Tschi, scha, schibu, mit dir, die Bank! Schibidi! Schibidi! Genau, dann weck dir die Finger raus, putz sie beim Nachbarn ab! Hehehe! Ja, ich bin hier geschifft! Ich übersehe jetzt kurz, was es heißt. Es heißt, ich die Lunge feiere ich! Alles aus dem Magic-Send, das bin ich heute hier! Am Zaubertricks verraten wird, werde ich niemals weitererzählen, soll ich es doch tun! Bleibt mir beim nächsten Mal nahe geboren, der Finger für immer und ewig in der Nase stecken! Okay! Also, letzte Übung, ich verrat's euch! Hier müsst ihr den Darm so haben, ja? Dann geht ihr hinten hin und dann klappt ihr den Darm direkt, ich in diesem Moment macht ihn hoch! Und dann, wenn ihr den Darm wieder hochkommt! Schlecht ist auch so! Schlecht ist auch so! Schlecht ist auch so! 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 Das sieht man, ja? Aber genau! Habt ihr den Darm so drauf? Ja! Da hast du gerade den Darm so drauf! Ach so, hier hast du den Darm so drauf! Gibt das ganz der Hand! Drei Seiten! Ah, aber, der das da! Centa und der blau! Und genau! Habt ihr den Darm so drauf? Hier, die ist dann der Darm so drauf, die Takem dasselze! Dann haben wir uns das schon! Eins, zwei, drei, zwei, drei, drei! Centa und der blau! Hauden! Oh, alles ist krass. Wir wollen das. Jetzt gibt es euch ein süßes Film auf den Büro. Hallo, wer ist die Idee? Ähm, das hat sich eigentlich das glaube ich nicht. Hallo, ich bin ein bisschen. Hallo, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wir machen es mal wieder in den Namen. Ich bin Antunia. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Mein Finger ist so zu dir. Das ist ein Thema. Das, meine Damen und Herren, ist Antunia. Wie die Kinder haben wir hier? Nein, nein, die zwei Endstecken sind für sie. Und hier auf die Bühne stehen, auf die Kleine. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Wie viel Zeit ist das bei mir? Deine Mama. Praktisch. Angegern kann man auch. Ich habe hier noch ein Thema. Nein, das ist ein Thema. Einige die Kinder sind das ganze Zeit. Was ist das denn? Nichts drin. Wenn da nichts drin ist, dann ist das ganz klar. Was ist das denn? Ja. Auch. Was ist das denn? Sehr gut. Es ist nicht drin. Du bist ja bereit eachin. Es kann sich nicht nachуйmachen. Wir ziehen alle gemeinsam mit drei und als Mutter und ich fangen den Ball zurück, wenn du bist. Bei drei, warte, wir ziehen gemeinsam mit drei. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, hopp! Wow! Super! Gehört! Applaus für dich! Ich habe ein Geheimnis, ich habe ein Geheimnis. Wenn man solche Bälle in die Dunkelhut, dann können die fliegen. Pass auf! Machen wir ein Fluggeräusch. Alle Kinder machen das Fluggeräusch. Schhhh! 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 Wow! 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 Pass auf! Wow! 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 Mach die Tüte auf! Mach die Tüte auf! Mach sie auf! Nja, nja, nja! ... ich mach' zu! Oh wow! Habt ihr das gesehen? Ist ja wahnsinnig! Pass mal, Adulia! Mach's folgendes! Ich zähl' jetzt 3, dann machst' die Tüte auf und ich fang' den Ball! Soll ich das machen, Kinder? Ja! Ok! Ihr zählt mehr, ok? Ihr zählt mehr, bis 3! 1! 2! 3! Mal auf! Mal auf! Ich hab' ihn, ich hab' ihn! Der sieht, plötzlich! Ja, danke, danke. Antonia, machen wir so eine kleine Zahl. Das war dein Applaus, die du gerade gemacht hast. Hast du einen zweiten Ball dabei, Antonia? Nicht? Hat jemand von euch einen zweiten Ball dabei? Moment, Antonia, du bist schon die, wo ich angerufen habe, heute Morgen. Ist eine Antonia-Publikum, die 20 Euro heute Morgen von mir versprochen bekommen hat, wenn du den Ball dabei hast? Kein Tag dazu, mach dich. Antonia, ich verleihe euch in die Hände jetzt, Kinder. Ihr müsst mal kurz die Hand hoch tun und sagen, schwör. Schwör. Schwör, schwör, schwör. Ich verleihe nichts. Okay, gut, aufpassen. Jedes Kind hat hinter seinen ungewaschenen Ohren so einen roten Ball. Antonia, wann hast du das letzte Mal deinen Ohren gewaschen? Verdammt, sage ich, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Desto länger nicht gewaschen, desto schöner und roter die Pelle. Pass auf, Antonia. Wir schauen rein in dein Ohr, tatsächlich. Tatsächlich ist der da drin, sagst du auch. Oh, der riecht auch gut. Wow, wie schlecht. Antonia, bist du bereit? Der Ball, der kommt in meine Hand, der kommt ganz fest in deine Hand. Mach zu und erst wieder aufmachen, wenn ich sage aufmachen. Zumachen, ganz fest. Zwei Hände halten mit zwei Händen. Ein Ball bei dir, einer bei mir. Wir brauchen jetzt den Zauberspruch. Habt ihr den drauf? Ja. Da bin ich aber gespannt. Okay, alles gut. Eins, zwei, drei. Acht. Tata. Acht. Siedem. Fah. Wim. Bah. Bum. Dann wandern ein Ball und ich war hoch und ich habe zwei. Aha. Aber dann kann ich... Hey! Aber jetzt ist er zielbar. Antonia, ich glaube aber, du brauchst den Hut. Gut, du bist ja eine Hexe. Kollegin, ich mag Hexen. Du auch? Wollen wir das nochmal machen? Kriege ich mir zweite Chance? Ja. Okay, okay. Kennst du das Kunststück schon, oder? Halt meinen Daumenstab, bitte. Kennst du das schon, oder? Du hast es schon mal gesehen? Die roten Bälle, oder? Ich kriege mir zweite Chance. Kriege ich? Okay, gut. Alles klar. Wir machen es so. Dieses Mal gebe ich dir einen Ball. Ich habe lacht. Niemand nachschraubt. Niemand nachschraubt. Niemand nachschraubt. Niemand rein. Nimm das aufmachen. Wenn ich sage, aufmachen. Antonia, ist alles gut. Diesmal lebe ich uns die Hexen und Zauberer hinten nicht rein. Den lassen unten rauskoppeln. Schau so, unten rauskoppeln. Okay. Dann gehen wir hier den Ball. Das Ball zaubert. Eins. Zwei. Drei. Ah. Tata. Siedem. Bahn. Komm. Ein Ball wandert hoch. Und in meiner Ahnung. Ich habe zwei. Applaus für ein Wunder. Für mich hat es den. Hilf hast du voll gemacht. Kannst du dir das beibringen? Okay, danke. Wir werden später draußen. Applaus auf Wunder noch mal. Das ist ein Wunder. Nina, wenn du hier einen Apo unterstriegst, bin ich zum Ausgaben. Komm mit. Applaus für ein Wunder. Wunder, 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 wunder. Das ist ein Wunder. Genau wie du. Und zwar, wie ihr teiltest du es mit der anderen Hand. Sagt der. Okay, Pahlauch. Du glaubst nicht, die kann zaubern. Der war sauber. Der hat so ein Bauch, hat so ein Hals, hat der Kappen nur. Komm mit. Das sagt der Kappen nur. Ah. Kadabra. Ketchup. Ja, ja, Moment. Da war ich wie du. Da haben wir gedacht, oh Gott, oh Gott. Das ist ja gar keine Zauberei. Das ist ja totales Empfehlung, oder? Ja. Dann sagt der. Ah, der Kadabra. Sämt. Und ich sag dir, genau wie du, genau wie du, habe ich gesagt. Ah, Opa, komm, das ist doch kein Zaubertritt. Das ist ja auch gar kein Interessent. Und dann macht der so, in mein Gesicht. Ich hab fast ein Herzfack, ich sag dir. Okay, aber leider, der Kappen zeigt dir, echt, wirklich. Ich zeig dir wirklich, wie es funktioniert. Also, du brauchst Kinder, die mit Zauberspruch drauf haben. Habt ihr den Zauberspruch drauf? Okay, wir machen zusammen und schauen mal, ob das funktioniert, was der Tick-Tack-Kappen mir gezeigt hat. Braune Tüte. Leer. Jetzt zusammen, Abra, Kadabra, Sinsa, Bilba, Ketcher. Ja, ja, der Opa hat jetzt rein, ist der, merkt er, passt auch, okay. Du glaubst nicht, ich kann saubern, aber jetzt, pass auf. Eins, zwei, drei. Alle zusammen, Abra, Kadabra, Sinsa, Bilba, Punkt. Ich weiß, weil ich noch nicht, wie der Opa hat gebracht, aber ihr könnt klatschen, wenn ihr wollt. Kinder, wollt ihr einen Assistenten von mir kennenlernen? Wollt ihr einen Assistenten kennenlernen? Ja! Okay, Nina, wir brauchen wieder jemanden auf der Bühne und zwar brauche ich jemanden, der als erstes seinen linken Schuh in die Luft hält. Ab jetzt. Linken Schuhe aufgezogen in den Luft, hierhin, grüne Haare. Der war schnell. Komm nach vorne, komm nach vorne. Nee, grüne Haare. Nee, grüne Haare. Komm nach vorne. Und während das Kind hier nach vorne rennt, könnt ihr zu dem klatschen oder was ihr auch immer noch wollen wollt. Genau, das hier füllt das Kind und es kommt nach vorne. Hier ist die Nina. Nina, Nina, Nina. Ah, hier drüben. Sag mal, das ist die Frau, ich habe gesagt, die Hälfte sind ja früh. Beide Klatschen, hol. Das ist jetzt mit dem langen Fliegen. Ich werde nach Stunden bezahlen, das ist mir eigentlich egal, was für uns zahlt. Valentin, komm mit, komm mit, sag mal. Hallo, Publikum, hier ist Valentin. Valentin, du möchtest dich. Komm nach vorne, nimm meinen Finger an. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder. Valentin. Sehr gut, Valentin. Valentin, stell dich hier aufs Podest, genau über die Falltür. Sehr gut. Bleib schon. Valentin, hast du Angst vor Zauberern? Sehr gut. Wie alt bist du, Valentin? Fünf. In deinem Alter war ich ja auch fünf. Es gibt mir fünf. Pass auf, Valentin. Ich habe, ich habe jemanden dabei. Und zwar habe ich jemanden dabei. Da trefft ihr manchmal die Tante, manchmal trefft ihr seinen Opa, manchmal die Schwester und manchmal trefft ihr auch sein Vater. Applaus für Timmy! Töne, 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 Papier! Applaus, 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 Applaus. Sag mal, hallo Timmy. Sag mal, Timmy, mach dir was aus, wenn wir 20 Stück Papier abreißen, die ganz klein füßen und die Große. Sag's mal. Ich helf dir. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor dir. Okay, halt auf. Wir machen 10 Stück runter. Kannst du bis 10 zählen? Könnt ihr bis 10 zählen? Ja! Okay, gut. Wir zählen bis 10 und zwar so. Das erste Blatt ist da, wo die Strichchen anfangen, dann kommt das nächste Blatt. Und wir reisen erst bei 10 ab. Du hattest fest. Zählst mit dem Finger. Und eins, zwei, okay, alle zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Wir brauchen noch mal 10 Stück. Kannst du noch mal mit 10. Hier auch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Dieses Kumpelstück heißt, was mache ich? Äh, was ich mache? Mach, mach, was ich mache, meine ich. Okay. Okay, heb ich mal so nach vorne. Zack. Du kannst runtergehen vom Podest. Geh mal runter zum Podest, genau. Und dann sagst du halt jetzt. Jetzt. Sehen wir beide gleich da. Was ist falsch? Sag es mal laut, bitte. Was? Sag es einfach laut drauf. Also, der Arm muss da hinten. Sind wir jetzt gleich? Okay, egal. Wir machen folgendes. Fängt ihr Aula? Fängt ihr Aula? Die geht so. Okay. Alle zusammen. Erst ich mache gar nichts da mehr zu. Okay. Aula jetzt. Sehr gut. Jetzt bist du dran. Deine Aula. Und hier wird bei dir. Okay, verdammt. Wir beide machen jetzt ein Tanz. Das ist ein Tanz. Ich sage dir. Wir machen es so. Wir machen es so. Wir machen es so. Wir machen es so. Gut. Wir machen es so, wie das ist. Wunderbar, 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 wunderbar. Ich stelle dich wieder auf den Podest, auf deinen Beeling, wunderbar. Und dann hast du auch zerrissenes Plopapier vom Kind in der Hand. Mach so eine kleine Kugel. Genau, wunderbar. Jetzt geht es um dein Leben. Musst du also genau zuhören, weil wenn du nicht zuhörst, dann... Die müssen auch leidend sein, weil sonst... Bist du bereit? Hast du keine Angst? Wir werden jetzt eine kleine Kugel formen und nehmen diese Kugel zwischen die Zähne, vorne drauf, und nur zwischen die Zähne. Mach du dich nicht. Dann stellst du dir mit dem Fuß drauf. Dann legst du da hinten und tust den Fuß drauf. Okay? Tust einen rein. Fuß drauf. Fuß drauf. Bleib drauf. Und in den Mund. Okay? Bist du bereit? Hau! 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 Und sind denn hier noch sind für Sie! F nudlos! Fnytlos! Hau! 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 Hau lights! Fünfe Es ist ein EOS skümmer ... Er ist ein Kallmann, Er ist ein Mehl Er ist ein Kallmann, er ist ein Kallmann ... ... ... ... ... Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Zahn. Hast du das so mal gemacht? Und viel Applaus für dich, das ist ziemlich cool. Das hat mich gut geschmeckt. Streck mal die Hände so aus. Ich bin auch mal eine kleine Schale. Kinder, habt ihr den Zauberspruch drauf? Dann sag ich dem ganz klar auch jetzt mit mir. Eins, zwei, drei, acht, tata. Zünn, Salabimba. Boom. Ein Applaus für dich. Applaus für dich, danke für das Rimmmann. Pass nicht runter. Ich spring dich nach vorne. Kommt da jemand, du wolltest du den Mann ab? Ich spring dich nach vorne. Genau, ich bin ein Applaus für dich. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Und das ist alles. Was? Genau. Und lauze. Ein, zwei, drei. Und das ist alles. So, aber die nimmt ja ganz mal los. Mein Mann ist rot, oder? Dann könnt ihr das nicht einfach sagen. Ich werde den gut halten. Du bist dann gut, du auch. Du musst es so spannen, bis du weiter da hast, dass der Staat überwunden steht. Zieh dich an, zieh dich an, bleib dich an, bleib dich an. Leib dich hing an. Dann kann ich Ihnen gut gehen. Und ich habe nicht die Ahnung, dass du aufgehört. Und ich habe nicht die Ahnung, dass du aufgehört. Und der Weg dann noch ins Hass. Mit der Tat und Zeit im Bett. Es ist die Schmerz im Bett. Und ich will so in meinem Arm. Ich bin ein bisschen nicht mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Und ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein Mann und sind mein Bruder. Aber auch sehr, sehr, sehr. Nur in die Saison wieder. Das ist ein Mann und ist ein Mann. Ich bin ein Mann und bin ein Mann. Ich bin ein Mann und bin ein Mann. Ich bin ein Mann und bin ein Mann. Vielen Dank. 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 Applaus für meine Damen und Herren. Danke schön. 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 Danke schön.